Jo, moin Leute und Willkommen zu diesem ganz ganz kurzen Video und zwar habe ich ja geplant ein Elseworld Story Let's Play zu machen also ein Let's Play wo ich halt die Story von Elseworld mal komplett durchgehe also halt vorlese bzw. die sprechen lasse je nachdem dann würde ich auch die Stimmen wieder auf Deutsch stellen weil ich glaube manchen Stellen sprechen die deshalb glaube ich selber aber ich bin mir gerade nicht sicher naja auf jeden Fall wo ich halt eine ganze Klumpe vorlese und die Story von Elseworld miterlebe und dafür will ich mal einen neuen Charakter erstellen und ja ich wäre dafür dass ihr entscheidet welcher Charakter da kommen sollen soll und zwar hatten wir Ayn, Elseworld, Aysha, Reenor, Raven, Eve, Joong, Ara, Alices, Ed, Micell und Rose also alle Charaktere stehen zur Auswahl und ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn ihr da in die Kommentare schreibt welchen Charakter ihr gerne sehen wollen würdet für das Let's Play weil ich sag's mal so ich hab die Story noch nie wirklich bewusst wahrgenommen aber hatte das immer mal vor und dachte mir ach komm so in der Form von einem Let's Play wäre das denkt man nicht schlecht da erlebe ich gleich mal alles mit und haben da auch einen neuen Charakter wie gesagt ihr könnt aussuchen was ihr spielen soll für einen Charakter und auch die in Klassenwechsel würden wir dann im Let's Play dann auch klären ja und dann würde ich auch sagen das war's mit dem Video wie gesagt haut immer in die Kommentare was ihr da gerne sehen wollen würdet und würde sagen dann hören wir uns im nächsten Video macht's gut